Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog in eigener Sache. Wir werden am kommenden Wochenende, das ist der 31. August, den 1. September, werden wir unser End-of-Season-Outlet haben. Allerdings muss ich sagen, ich dachte, wir haben um die Jahreszeit noch sehr viel mehr Koi in der Anlage, aber es sind dann doch überwiegend Tozai übrig geblieben, aber darunter sehr, 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 sehr schöne Tozai. Und die wollen wir jetzt möglichst schnell an Sie, an unsere Kunden abgeben. Damit Sie sich noch in Ihrem neuen Zuhause vor dem Winter gut eingewöhnen können. Die Koi sind in perfekter Kondition, sind auch hier in der Anlage schön gewachsen. Also wir haben sie auch ordentlich gefüttert in letzter Zeit. Wir werden sie auch noch bis Mittwoch gut füttern, dann müssen wir sie ausnüchtern, damit der Transport zu Ihnen nach Hause kein Problem darstellt. Und wir werden natürlich Sie anloggen, indem wir Ihnen einen tollen Preis geben. Also den Koi tollen Preis geben, so wird ein Schuh draus. Und wir haben, ich schätze mal, circa 300 Tozai haben wir noch da. Hier haben wir die Größenklasse, die sind 25 bis 30 Zentimeter. Jetzt schaltet nur die Kamera gerade auf, dunkel. Die haben seither noch 79 Euro gekostet. Die gibt es jetzt für stumpf 40 Euro, das Stück. Viele Kumonryu dabei, Go Sanke dabei, Hariwake dabei. Bei Chisui sehe ich noch ein paar Kinschoba, aber das ist jetzt wirklich sehr dunkel. Die haben gerade gefressen. Sieht man am dicken Bäuchlein. Hier die gleiche Größenklasse, außer um die 25 Zentimeter. Die hätten seither 49 Euro gekostet. Die kosten jetzt noch 25 Euro, das Stück. Da werden Sie auch schöne dabei finden. Hier haben wir die Größenklasse um, ich schätze mal, 20, 22 Zentimeter. Seither 29 Euro, jetzt 20 Euro. Da haben wir noch circa 100 Stück von da. Und die gleiche Anzahl und gleiche Größe und gleicher Preis, 20 Euro. Haben wir auch hier sehr viele Go Sanke dabei. Bei Karaschiko, Aku Sanke, ein paar Showa, Kumonryu. Das ist das, was ich jetzt gerade so auf den ersten Blick sehe. Also wenn Sie noch ein paar Fische für den Teich brauchen oder auch für die Aufzucht über den Winter. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Dann sind Sie hier bei uns richtig. Und dann haben wir noch ein paar größere Koi. Das ist jetzt der Rest vom Schützenfest. Ein paar Ociba und Gimmatsuba und Kutschaku. Und ein paar Kabarimonosee hier vor mir rumpaddeln. Und auch da werden wir Ihnen tolle Preise für machen. Da jetzt jeden Einzelnen aufzuzählen, macht auch keinen Sinn. Aber wenn Sie noch einen größeren Koi für diese Saison suchen. Oder vielleicht auch diese Gimrin Asagi. Die haben es schöner in Gelb. Die sind auch wirklich für den Innenraum geeignet. Die man dann über den Winter groß machen kann. Also, uns würde freuen, wenn Sie vorbeikommen. Und trotz der schon spottbilligen Preise, wenn Sie eine größere Menge brauchen, dann bekommen Sie nach wie vor Ihren Päckchen oder im besten Fall sogar Ihren Paketpreis. Und ich bin überrascht, wie viele Leute mich in den Outlets dann immer wieder darauf ansprechen, wenn sie fünf Fische in der Wanne haben. Wenn sie dann fragen, ist das jetzt schon ein Paket oder ist das noch Päckchen? Dann sage ich immer, fünf sind ein Paket. Also, machen Sie es gut. Wir freuen uns auf Sie. Von Freitag, 31. August, von 13 bis 18 Uhr. Und am Samstag von 8 bis 16 Uhr, 1. September. Lassen Sie sich ganz kurz einen Termin geben. Dann haben wir auch für Sie Zeit. In diesem Sinne, wir freuen uns auf Sie. Und bis zum Wochenende. Und bis zum Wochenende.